Kapyasana, die Stelle von Kapya. Ausgangsposition ist Langsitz. Von hier beuge das rechte Knie und gib die Knie zum Boden hin. Dann beuge das linke Knie und gib den linken Fuß vor den rechten Knöchel. Wende die Unterarme um das Knie und setze deinen Kopf auf. Das ist Kapyasana, die Stellung von Kapya. Als kleine Variation würde gelten, indem du das Bein, wo das Knie unten ist, statt hinter die Ferse vor den Fuß gibst. Und wo du dann auch nur mit einer Hand um das Knie gehst und die andere Hand auf den unteren Unterschenkel gibst. Und auch hier kannst du wieder den Kopf abstützen. Kapyasana bezieht sich unter anderem auf einen Asketen namens Kapya, der für eine gewisse Zeit lang den Vorsatz gefasst hat, sich nie mehr hinzulegen. Und anstatt dass er dann im Leben geschlafen hat, hat er in Kapyasana sich ausgeruht. basat. Vielen Dank.